So, jetzt gehe ich wieder zurück, hier auf Adam spielt. Wir gehen gerade entlang der ekligsten Straße von Stuttgart, das ist wirklich die hässlichste Straße von Stuttgart, die es hier gibt, die gehen wir gerade entlang. Wir biegen aber jetzt ab nach oben und zwar zu einer schöneren Straße. Mein Beutel ist wieder voll, wie wir sehen, deswegen würde ich sagen, ich verwende jetzt ein Glücksei, Doppel-XP-Smackt und wir machen Rauch. So, okay, wir haben auf jeden Fall hier nochmal ein Lito-Miff. So, perfekt, den haben wir. Wir konnten leider die Arena in der letzten Folge nicht besiegen, deswegen bin ich ein bisschen mad gerade. Nein, bin ich eigentlich nicht, aber ich finde es schade, dass wir nicht die letzte Arena besiegt haben. Ja, es ist jetzt gleich schon 12 Uhr. So langsam würde ich sagen, kehre ich auch nach Hause. Ich weiß noch nicht, ob ich es noch nach Hause sehe. Weil wir jetzt leider hier... Okay, was haben wir denn für Pokémon? Ist auch dieses, holen wir uns. Ich warte auf dieses Flammejau. Ich warte, bis wir endlich Flammejau kriegen. Jetzt müssen wir doch kriegen, oder? Den Flammejau. So, ich bin jetzt an der... An der... Ich weiß nicht, an irgendeinem Gymnasium oder... Ist eine Lealschule, keine Ahnung. Ich weiß nicht. So. Also. Fuggestop. Ja, sehr gut. Boah, wir haben ein gutes Ei bekommen. Wir haben ein gutes Ei bekommen. Und mein Ei ist, glaube ich, gerade immer noch... Warte, am Brüten. Ja, noch sind 0,6 Kilometer. Wir haben auf jeden Fall hier noch ein Pus Plusle. Den holen wir uns auf jeden Fall auch. Den Plus... Ah, hier ist Glas. Ich war fast draufgetreten. Ich war fast draufgetreten. Okay. Ich gehe jetzt auch immer noch... Immer mehr nach oben. Immer mehr nach oben. Dann noch den da hier. Oh mein Gott. Komm, den holen wir uns mit Superball. Yo. Den haben wir. Okay, der hat da auch eine große Fangrange. Und ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir den jetzt nicht haben. Ja. Gut, dann würde ich sagen, füttern wir den mit einer Himbeere. Wir können ihn ja nicht nochmal füttern. Okay, perfekt. Großartig. Jetzt müssen wir ihn haben. Jetzt müssen wir ihn wirklich haben. Das wäre echt traurig. Wir den jetzt nicht haben. Ja, gut. Gut. Ich hätte mich auch gewundert, hätten wir den jetzt nicht gekriegt. Ich bin jetzt hier. Ich war damals 2019 mit meinen Freunden. Mit meinen damaligen. Ich nehme nächstes Mal, wenn ich nochmal rausgehe, nehme ich auf jeden Fall mein altes Handy und Filme. Ist egal, welche Qualität. Ich nehme mein altes Handy und Filme. Oh, hier ist eine Katze. Kann ich nicht filmen. Der Besitzer ist da. Und ich weiß nicht. Okay, warte. Gehört, drei Minuten. Das heißt, wir haben noch fünf Minuten. Okay. Bis 7.30 Uhr. Ich laufe mal zur anderen Arena. Ich gehe wieder Pokémons platzieren. Nee, aber kämpfen. Boah, niedriger WP. Das heißt, wir gehen zu dieser Arena. Die können wir besiegen. Und da ist direkt noch eine Arena. Die können wir auch besiegen. Im Hallebad Heslach. Das hier direkt. Ich kenne Stuttgart schon so auswendig eigentlich. Beziehungsweise die meisten Sachen. Nicht so kleine Straßen, aber wir kennen eigentlich fast alles auswendig. Also ich war hier schon so, so oft. Ich wohne auf, ich bin jetzt wirklich auf der anderen Seite von Stuttgart. Ich müsste jetzt zum Beispiel drei Kilometer laufen, um wieder nach Hause zu kommen. Was ich aber gerne machen werde, weil. Oder zwei Kilometer. Aber vielleicht vielleicht mal schauen. Mal schauen, wie viel das so sitzt. Okay. Wir sind hier gleich bei der Arena angekommen. Das ist die Arena. Was gibt es hier? Pickelhaube. Ja, was ist hier? Das ist hier. Da kämpfen wir jetzt. Da werden wir jetzt auf jeden Fall auch gewinnen. In der Arena. Und auch nächste Pokémons platzieren. Falabelle. Und da müssen wir auch langsam noch upgraden. Oder ein paar auch wegschicken. So. Die Leute laufen hier schon auf den Straßen. Denn. Ich weiß nicht. Weil es ist echt wenig los. Ich bin auch hier in der unbelebten Straße. Also hier sind nicht so viele Menschen, die hier wohnen. Oder es liegt auch daran, dass es elf Uhr ist. Okay. Letzter Ball. Letzter Pokéball. Dann habe ich keinen Pokéball mehr. Bitte. 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 Ja. Okay. Ich glaube, das ist das Haus. Okay. Ich glaube, das ist gemeint. Ja. Ich kann ja kurz mal Kamera anmachen. Nein. Kann ich doch nicht. Kann ich doch nicht. Weil es sind irgendwelche Menschen. Ach. Das ist hier. Okay. Wir stehen genau unter dem, was wir jetzt haben werden. Wir werden jetzt gegen das kämpfen. Mit. Das ist eine empfohlene Pokémons. Ist okay. Ja. Können wir auf jeden Fall schaffen mit denen. Können wir auf jeden Fall besiegen. Safe haben wir das jetzt. Safe haben wir das. Okay. So. Oh. Oh. Es sieht. Es sieht nach einem krassen Battle aus. Für mich. Denn ich habe jetzt hier offiziell. Oh. Es ist so warm. Ich weiß nicht. Ich muss mal gleich schauen, wie viel Gratis hier ist. Warte. Ich schaue mal gleich. Oh. Wir haben gewonnen. Gegen ein Pokémon haben wir gewonnen. So. Gegen das nächste. Okay. 1000. Das ist schon ein bisschen stärker, glaube ich. Null gewonnen kämpfte. Alter. Rip an ihm. Ich habe 14 schon gewonnen. Gleich werden es mehr sein. So. Donner eingesetzt. Yo. Rip an ihm. Den habe ich sogar gefangen heute. Den habe ich gefangen. Heute ist auf jeden Fall sonnig und echt warm. Aber ich weiß nicht. Wir sind hier Mitte Februar. Also wirklich Mitte Februar gerade. Wir haben den 13. Februar. Morgen ist die offizielle Mitte. Der 14. Und wir haben auch gewonnen. Das heißt, wir haben gewonnen. Das heißt. Wir drehen den Pokéstopp. Kriegen nur einen Ball. Schade. Wir kämpfen noch einmal. Wir kämpfen noch einmal. Oh. Die zwei gegen. Okay. Jetzt gewinnen wir nochmal. So. Jetzt gewinnen wir. Jetzt gewinnen wir. Dann können wir auch die Pokémons platzieren. Das heißt, dann kriegen wir auch hoffentlich... Oh, was ist denn super? Oha. Oha. Nicht schlecht. Keine schlechte Ult. No joke. Wirklich guter Ult. Aber er hat die Glad auch eingesetzt. Und haben wir. Sehr gut. Wir haben hoffentlich... Ja, wir haben gewonnen. Okay. Wir haben die Arena. Ne, haben wir noch nicht. Wir haben noch nicht die Arena. Wir müssen noch einmal kämpfen. Okay. Wir müssen noch einmal kämpfen. Aber jetzt gewinnen wir hundertprozentig. Jetzt gewinnen wir hundertprozentig. Wir müssen ihn besiegen. Müssen ihn besiegen. Okay. Ja, das haben wir. Wenn wir das nicht gewinnen, gebe ich hundert Euro an alle meine Fans. Gut. Würde ich so oder so machen. Aber nur, wenn ich reich bin. Nein! Ist abgestürzt. Nein! Wir haben die Arena besiegt und es ist abgestürzt. Bitte zählt es noch. Bitte zählt es noch. Wir haben die Arena doch gerade besiegt. Ja. Dann tun wir Pokémons rein. Wir tun mal unser schlechtesten rein. Wir tun mal... Da bist du sicher? Ja. Ja, okay. Können wir noch einen reintun? Oder... Nicht. Ne, wir können keinen neuen da reintun. Okay, Leute. Dann war es das mit dieser Folge. Wir in der nächsten Folge öffnen wir hoffentlich endlich das Ei. Und bis dann.